Ich habe Bodyguard als Teenager gesehen, ich glaube zwei, drei Meilen ins Kino. Oh, wirklich diese gute, nicht eine gute Laune Film, aber diese Love Story mit Adventure, das ist wirklich diese perfekte Plotten, perfekte Film to look like more than one time. Ich glaube, es hat mich meine damalige Freundin ins Kino geschleppt und ja, das war so 93, 94. Stimmt, während der Musikhauptschule, das war es. Da war das ganz hip bei unseren Mädels. Wir haben wunderschöne Lieder von Whitney Houston, ein großartiges Buch von Lawrence Kasdan, alles ist wirklich perfekt. Einfach jemand von Frank beschützt werden, glaube ich, ist eine sehr nette Vorstellung. Ich bin jetzt keine Frau, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses große Maß an Geborgenheit sehr sexy ist. Ich bin jetzt auch mit dem